Marvel Comics für 2$ lesen und das noch am selben Tag, wo die Comics rauskommen? Ja, das geht und ich werde dir zeigen wie und auch wo in diesem Video. Schon seit 3 Jahren ist Marvel mit der Firma Vivi gepartnert, die digitale Collectibles, aber auch Comics von Marvel exklusiv rausbringen. Die Vivi App ist eigentlich eine Sammler-App, hat aber auch sehr viele Investoren dabei, die sich häufig nicht um diese normalen und auch günstigen Comics eigentlich scheren. Und durch die niedrige Nachfrage von solchen Comics landen viele dieser Comics halt für 2$ oder tatsächlich weniger auf dem Markt, die ihr als Sammler oder auch einfach nur als Leser lesen könnt. Viele bewegen sich schon im erwähnten Preissegment von so in etwa 2$, vielleicht aber auch manchmal 3-4$, was meiner Meinung nach aber auch immer noch mehr als akzeptabel ist, wenn man überlegt, dass es häufig Comics sind, die tatsächlich am selben Tag auch rausgekommen sind, plus man die Option hat, diese auch im Nachhinein wieder zu verkaufen. Als Vergleich vielleicht, Marvel Unlimited kostet in etwa 10,49€ im Monat und pro Jahr 68,99€. Die Comics, die aber neu erschienen sind, erscheinen erst 3 Monate nach dem offiziellen Release, auch bei Marvel Unlimited. Bei Vivi Comics, der eigenen Comic-Plattform von Vivi, dort werden die Comics tatsächlich am selben Tag, wo sie auch im physischen rauskommen, released. Ein weiterer Vorteil dieser Comics von Vivi ist, dass ihr diese im Nachhinein auch verkaufen könnt, wenn ihr sie fertig gelesen habt. So kann man gegebenenfalls sogar auf einen Plus-Minus-Null-Run kommen oder sogar vielleicht noch Geld damit verdienen, weil in der Zeit der Comic-Preis gestiegen ist. Und das, finde ich, ist eine super Option und solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr Comic-Fans seid oder auch Leser seid. Und deswegen werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze denn eigentlich aussieht und wo ihr das Gesamte kaufen könnt. Starten wir vielleicht mit der Vivi Comics App. Das ist, denke ich, die App, die für die meisten Leute hier am interessantesten ist. Das Ganze ist eine Web-App. Könnt ihr einfach eingeben Vivi Comics und dann landet ihr hier auf dieser Seite. Und ihr seht jetzt auch schon, wir haben jetzt hier oben die Möglichkeit zum Beispiel Browse All. Wir können jetzt hier zum Beispiel New This Week machen. Und dann seht ihr auch schon Same Day As Printed. Das Ganze ist auch, wie gesagt, lizenziert mit Marvel. Also das ist kein Scam. Könnt ihr gerne auch nochmal selber nachrecherchieren. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel dieses Spider-Boy-Comic hier. Hier wäre jetzt die Möglichkeit, entweder wir holen uns ein 5-Dollar-Comic, was wir einfach lesen können in unserer App oder wir können zum Beispiel zwischen der Limited Edition noch wählen. Hier wäre die Möglichkeit, sozusagen Digital Collectable zu bekommen. Plus man hat hier die Möglichkeit, auch noch unterschiedliche Barren-Cover zu bekommen. Außerdem, ja, haben wir jetzt hier, wie gesagt, einen Preis von 5 und 8 Dollar ungefähr, die man bezahlen könnte. Wir können jetzt aber auch einfach mal in die Vivi App gehen. Und ich habe das Gesamt jetzt hier einfach schon mal eingegeben, dass es einmal nicht zu lange dauert. Und wie ihr seht, hier wäre jetzt die Möglichkeit, dasselbe Comic im Prinzip für 2 Dollar zu kaufen und es im Nachhinein sogar nochmal wieder zu verkaufen für 2 Dollar. Dabei fallen natürlich minimale Fees an. Diese, ja, sind aber nicht relevant. Also vielleicht bekommst du dann 1,50 Dollar wieder raus und hast ja irgendwie dann halt für 60 Cent im Prinzip einen Comic gelesen, wo man wirklich sagen muss, da kann man einfach nichts sagen für solche Preise. Und das ist tatsächlich auch nicht das einzige Comic. Wir haben hier zum Beispiel noch weitere Comics. Amazing Spider-Man Hashtag 37 mit 2,16 Dollar. Wir haben zum Beispiel aber auch noch hier Amazing Spider-Man Hashtag 14 für 2,50 Dollar. Also wir haben hier sehr viele Comics, die in diesen Bereichen sind. Auch hier zum Beispiel ein neueres Comic Extreme Venomverse für 3,60 Euro für 3,60 Dollar. Ist natürlich ein bisschen teurer als 2 Dollar, aber dennoch auf jeden Fall immer noch im Rahmen, wenn man sich überlegt, dass dieses Comic, wenn wir das mal bei Vivi Comics eingeben, halt 5 Dollar gekostet hat, beziehungsweise die Limited Edition, also das, was wir jetzt gerade gesehen haben, 8 Dollar gekostet hat. Von daher finde ich persönlich, ist das eigentlich völlig in Ordnung vom Preislichen her. und bietet euch als Lesern und auch teilweise natürlich als Sammlern eine extrem einfache und günstige Möglichkeit zu lesen und halt aber auch diese Comics zu sammeln. Und wenn ihr beispielsweise hier eine Limited Edition kauft, habt ihr den Vorteil, selbst wenn ihr sie verkauft, bekommt ihr sogar noch einen Code dazu, den ihr bei Marvel Unlimited nutzen könnt und dort das Comic sozusagen jederzeit lesen könnt und es euch auch keiner mehr wegnehmen kann. Finde ich eine super coole Idee. Und daher ein absoluter Geheimtipp meiner Meinung nach für Comic-Leser, Comic-Sammler, diese App zu nutzen und das zu kombinieren mit Vivi und auch Vivi Comics. Denn so hat man einfach meiner Meinung nach die optimale Möglichkeit, hier günstig zu lesen, aber halt auch digital, was einfach sehr viele Vorteile gegenüber dem physischen hat. Denn wie schon erwähnt eben, ihr habt hier wie gesagt die Möglichkeit, Comics, die im Prinzip auch bei Marvel, komplett neu rauskommen, also Same Day as Printed, direkt zu lesen. Also diese Comics sind letzte Woche rausgekommen und ihr könntet sie jetzt im Prinzip auch schon direkt kaufen. Das sind ja auch alles die Normalpreise, wie sie auch in den USA sind. Also 5 Dollar hier für das Comic, 4 Dollar für das hier. Also ihr habt ja auch keinen Nachteil, wenn ihr das sozusagen theoretisch physisch kaufen würdet. Und in dem Fall habt ihr es dann sogar digital. Also ihr könnt es überall lesen, mit dem Handy, in der Bahn, im Flugzeug, wo immer ihr auch seid und das bietet einfach unfassbar viele Vorteile. Die App bietet aber zum Glück seit letztem nicht nur Marvel Comics, sondern zum Beispiel auch Star Wars Comic, Alien Comics und noch viele, viele weitere Comics, die wahrscheinlich in Zukunft folgen werden. Wir sehen es zum Beispiel jetzt hier auch, ihr könnt ja mal draufklicken, hier haben wir zum Beispiel Star Wars Comic für 5, beziehungsweise 6 Dollar haben wir es hier und die Limited Edition für 9 Dollar. Bei der Limited Edition natürlich wie immer hier die Option mit exklusiven Variant Covers. Dennoch auf jeden Fall eine sehr coole Option. Ist denke ich für den einen oder anderen Star Wars Fan hier auch bestimmt interessant. Wenn dir das Video auf jeden Fall gefallen hat und auch geholfen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo von dir hier freuen auf diesem Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.